hallo meine lieben freunde herzlich willkommen zu let's fahren mit dem herr dreamtags mann mein energy trink ist leer ich will koffein also ich muss immer noch lachen wegen sammeln was der jungen sammeln was der jahre im park ist an wo die kleinen kinder panzer fahren nicht lustig das ist diskriminierend und im afghanistan was machst du für führerchein panzer alter für körperliche dass sich müde an achten nicht denn ich komme gerade um die ecke und direkt die sicherungskosten um die luft um die luft der umrunden deutsches sprache schweres sprache er ich fühle mich immer ziemlich schlecht wenn ich mitten über das schlachtfeld laufen ich weiß auch warum wie kommt das nur ach schau mal wer da steht abschuldig von schütze nein ich will nach der mitte ich bin gar nicht noch nicht ich kann mich nicht bewegen ja morgen hast du zeit bist du schwul oder was ich spritz dir ohne weiteres ins gesicht ok bitte was gar nicht durchs auto genagelt habe ich den ey nein alter wer wirft dann da dauernd die granaten alter ist einer von uns ich renne da mir fliegen dauernd irgendwelche granaten hinterher alle umsterbte nein kein loadster ach ne ne ach ich hab den auf dem radar gesehen und nein wo fliegt er da oben mit seiner geilen tarnkappentechnologie ich kann grad nicht rein der chillung für 50 gegner das ist eine art ist unser loadster echt ist das jemand ja ach stimmt jetzt ich bin schon extra ich dachte warum man sammeln was da hat den hat spiel verlassen unser loadster ist gut den mag ich ja der gefällt mir irgendwie auch ach verbündete vital einheit das ist gut jetzt haben wir die pro game auf unserer seite bitch ja dann macht das echt spaß aber ich hasse es wenn alles gegen dich ist weil das echt scheiße ohja voll runterziehend ich sollte auch irgendwie so ein modus geben wo es keine punkte streaks gibt ich meine wenn du selber hast das echt nett aber das ist voll demokratie mäßig und so wo steht er da steht er glück gehabt alter du siehst unten links nur noch denselben skill ja das geht übrigens ab eh da war einer ich weiß es da wollte einer die vitol abschießen hier hab ich gleich mal getötet ha super hast du gut gemacht oh jetzt bin ich durch hab dich gericht meiner 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 ja meine marke und ich trage sie mit stolz und ich trage sie mit stolz hunter killer freigeschaltet soll ich das schon nutzen oder ja hau raus was sind die hunter killer eigentlich ich nutze sie einfach mal dieses kleine flugzeug das ist eine drohne oder ja oder ich warte noch ich hab die ja safe jetzt war keine ahnung ob das meiner war hey da ist noch einer oh ne doch nicht boah wie genau ich den weggeballert hab ich finde diese drohne die wir gerade haben ist auch echt cool ach der ist tot hey da hieß einer auch mit nachnamen LP macht vielleicht auch LPs ne ich glaub der hieß so unser ja unser schon wieder geil die haben gegner die werden dick genutzt und auf einmal verschwinden alle punkte auf der karte aber das blöde ist wenn du ein loadster hast gell ja ha da wollte einer abschießen ich hab ihn wieder gekillt ja das ist dann schön leicht ja was ist das blöde wenn du ein loadster hast ähm kriegt man eigentlich Marken dann? nein ne ne also das kommen Marken hin die kannst du halt einsammeln das ist ziemlich nice weil ich hab hier auch grad wieder zwei eingesammelt und noch einen getötet jawohl ich hab Blitzschlag oh nice so ich warte noch dann hab ich auch ein loadster oh nein ich hab meine hunter killer im Gebäude gezündet und jetzt ist die halt jetzt ist die gegen die Wand geflogen das ist recht dämlich ach Klappe hier kriegt man halt auch viel schneller punkte streaks in so Spielmodi weil wenn du halt mal zwei drei Marken am Stück einsammelst wenn die einfach auf dem Haufen liegen hast du ja sofort einen hunter killer ich hab schon oh ich hab ein hellstorm markiert Abschuss confirmed ich glaub ich hab auch meinen hellstorm raus mach mal das kann ich das zeigen da kommt sie seht ihr es jawohl zu spät aber gezündet oder ja ich weil letztes mal hab ich sie früher gezündet hab ich gar niemanden getroffen ist ja auch erst mein zweiter ja die streut halt sehr ne ja das war splitterbombenschuss muss man nicht machen blitzschlag von uns her also nice und dann hab ich auch grad eingetötet warthog ist unterwegs keine ahnung was das ist ist von uns oh geil ist alles von uns was punktet also es hat auch leicht die Gegner abzuschießen was ich eh völlig abgelenkt tut und schon wieder loadster aber wir müssen uns ja keine sorgen machen los komm noch eine marke nein zu spät hätte ich die marke noch gekriegt abschluss bestätigt ja loadster jawoll du ja alter was geht denn bei dir aber nach 3 minuten 81 punkte und 100 ist sieg gell mhm ach ich hab messern hier umgestellt so loadster meine freunde was loadster nicht verfügbar leck mich ja weil da keiner online ist oh man oh stell mal vor jetzt kriegst du den nicht mehr luftraum voll hier mit eurem scheiß luftraum das wäre schon bitter wenn jetzt die zeit umgeht oder so hast du noch fast 3 minuten so jetzt bin ich dran jawoll gut dass wir aufnehmen ach hier steht der prophet du hättest dich davor mal ducken sollen passiert ah jetzt hab ich grad umgeguckt bei mir steck dich mal ein bisschen vor den Gegnern wie geil das ist alter wir killen die so ja vor allem du das erste mal ein loadster leck mich am sack ja ja jetzt hat der prophet auch ein 12 zu 4 das ist natürlich saugut fuck bei mir wurde grad skype eingeblendet wer jemand wer offline gegangen ist ich hoffe das wurde hat das aufnahmeprogramm jetzt nicht mitgenommen ist ein bisschen ungünstig sonst also wenn es grad geruckelt hat dann hab ich das raus geschnitten als info ja also du hast ein 12 zu 4 ich hab immer noch blitzschlag ach du eilige und hunter killer ist auch noch dran was soll ich machen was soll ich machen nochmal loadster nein ich wurde getötet 11 zu 8 mach nochmal und loadster nein jetzt werde ich gekillt habe ich es noch ja habe ich noch jetzt muss ich wieder so lange spielen und wir haben nur noch eine minute ich mache einen blitzschlag blitzschlag und loadster hau alles aus jawoll ich hab meinen beim blitzschlag sterben sehen haha 11 zu 8 du hast ein 13.50 war ich hab ich grad den letzten abschuss gemacht hacker win was ja ja meiner das war der den ich sterben sehen hab yes der eine hat 70.0 ok das kann echt ein hacker sein ha gegeben guck mal der eine hat einer hat bei uns 70.0 so ein Basabi Typ ok das ist ein hacker aber ich hab ehrlich gesiegt ja das war mal eine richtig geile Folge wieder einmal wir sehen uns morgen wieder wir wechseln mal die Lobby und ja mal schauen so was siehst du hier du siehst hier die Endcard von meinen Videos unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar schreib mir PNs oder sowas was du gut findest was nicht liken, abonnieren irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten Video freut mich wenn du wieder dabei wärst ja so hier und ich